So... Wir haben wieder ein neues Zeug. Ach, wir haben da noch 64 Leben. Ah... Wir haben ja noch was. So, das brutzelt erstmal schön vor sich hin. Und also, ich frag jetzt wieder euch. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass wir hier auch Bricks reintun sollen. Ob wir das lassen sollen wie Bricks. Oder was wird Bricks alles anstellen sollen wie Bricks. Und ich sag noch mal... Das ist ja schon, dass wir da voll abhalten. Was ist das? Das ist ja auch ein bisschen... Einmal mal raus. So war hier. Das ist ja so groß. 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 Und da... Und da... Da kommt damit. Und das hier oben... Das ist ja so groß. Das ist ja so groß. Das wird nämlich das. Sollen wir das da rein? Sollen wir da was zulegen? Sollen wir das da rein? Cool ja. So hart. So weit. So weit. So weit. So weit. So weit. Musik 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 Es ist zwar schon weg, aber es wird nicht dunkel. Tja. Ich bin eigentlich schon mal kurz weg. Ich bin eigentlich schon mal kurz weg. Ich glaube, es ist so spannend. Ich habe es einfach nur so eine Schleise mit dem Herd. Sie hat auch ein bisschen... Sieht fast aus wie im Gesicht. Ja, genau. Oh, vielleicht könnten wir hier in der Wand Gesichter einschlagen. Und vielleicht so wieder Rau und... Ähm... Jetzt fällt mir der Name nicht ein, da wir ganzen Präsidenten drin sind. Vorschicken und so. Ich gebe mir erst mal schlafen. Und jetzt kann ich euch kurz zeigen, mein Projekt. Das ist eigentlich, wie ich will. Ach ja, genau. Oh, ich werde, denke ich, noch voraussichtlich in der nächsten... Für die Beleitung, die kann ich noch mal sehen. In der nächsten Aufnahme werde ich, denke ich, noch ein paar Mods drin haben. Das ist so, äh, Most Creatures Mods eigentlich. Und vielleicht... Und bis jetzt hat sich ja noch niemand so Rangschiffen geäußert. Und deswegen ist mir alles offen. Vielleicht nehmen wir das von der Honeyboard. Ich muss auch überlegen, ob mir das auf Seena sehr gut gefällt. Das ist von der Honeyboard. Ja, da habe ich natürlich die Zeit gefunden. Für eigentliche Wissen, wenn es sich umsonst... Für die grundlegenden Sachen gehen, wie ganz so ein Blöck, so weiß ich... Wie man das jetzt mit den Türen oder so... Und zwar dieser riesige Klumpel hier. Das sind so wahrscheinlich... Was sollte damit machen, dass so ein Kiesel oder so... Ich will das nicht hören. Wie ein Klumpel gesagt... Habe ich ja bereits... Ich weiß, dass dieser Krass extrem stark an ein Schiff erinnert. Ich weiß nicht, ob er euch das auch so... Ich will mir das auch so vorstellen... Und eigentlich schon... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da hinten, da würde ich auch jetzt gerne hinabsteigen. Und hier steig ich es ja auch. Ich freue mich. So, als erstes eigentlich Kohle bauen wir jetzt mal nicht ab. Ich baue eigentlich fast hin. Ich schmelze meistens. Ich glaube, ich bin echt zu froh. 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 Oh Gott, ich bin echt zu froh. Wir haben es tatsächlich geschafft! Wir sind durch die Kakteen durchgekommen. Ich werde jetzt das mal voll abschillen! Was ich geschafft habe. Ich werde das erstmal lebten. Dann kann man alles machen. Und hier sieht man der Wüste, ein Äpfel. Alles sieht zerfetzt aus. Zerfetzt der Wüste. Gehen wir mal hier drauf. Gehen wir gleich wieder zurück. Der ist immer noch scheinbar. Wow! Wow! Ich dachte, wir müssen aber auch noch mal spielen. Jetzt wechseln wir von Wüste wieder. Wir können Steppen und hier ist ein bisschen der Blöde. Das heißt, dass wir gerade eben die Blöde machen. Das ist der Blöde. 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 Das ist mell. Das ist der Blöde. Sehr schön. Ganz allein. So. Oh! Da hinten ragt sich schon wieder etwas raus. Wir generieren ja wieder etwas Neues. Ich glaub, das ist ein riesiger Lebeschlecht. Da rauskommt. So, das war nicht. Wir werden das jetzt auch nicht alles nehmen. So, hier ist es liebens. Denken wir hier eine Höhe. Ja. Oh nein. Na ja, das ist so gefreut. Ich glaub, das werde ich leben. Ich merke mich nicht mehr, dass ich gedacht habe. Ich glaube, damals habe ich schon niemand mehr gesehen. Ich kann mich jetzt nicht mehr sehen. Ich habe mich gerade zufrieden veransehen. Wir sehen uns die Höhle nicht. Ich kann nur anfangen zu machen. Ich bin gleich die Höhle nicht mehr. Ich bin fünf immer zu sehen. In der schlafen wir zu machen. Das ist doch ein bisschen wichtig. Ja. Ich kann die ganze Zeit nicht mehr aufschauen, die ganze Zeit nicht mehr aufschauen. Kennt ihr die Geschichte? Ich würde es so gerne erzählen. Ich fühle mich auch immer wieder viel verrascht. Ist ja okay. Aber wenn ihr nichts zu sehen bekommt, dann kommt das Signal. Wir wollen es immer wieder sehen. Die Geschichte ist ja so. Die Geschichte ist ja so. Danke, die Geschichte ist ja so. Ja, also. Ich denke, das ist ja so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020